Let's play Fallout 4 Vault-Tec Workshop Wir basteln weiter und jetzt ist einmal der Aufseherraum mit dran beim Einrichten da ist so Zapfenduster da drin also als erstes brauchen wir natürlich Licht und schauen wir mal was wir hier draus machen weil ich bin mit dem voll im Fallout 1 Fieber ohne Witz ich hab's letzte Nacht hab ich so gut wie durchgespielt ich hab also die finale Auseinandersetzung ist im Prinzip vorbei was sag ich dazu nicht aber die Flucht schaffe ich nicht ich bin so ganz leicht äh vorm äh vorm ausflippen es ist so hart ich hatte es zuerst aufgenommen und dann ähm dann hab ich mir gedacht ne nach ungefähr dem dritten Video das ich damit auseinandersetzt dass ich die Scheiße nicht schaffe dachte ich mir ich probiere es jetzt ohne aufzunehmen und nehme dann einfach wieder ja die finale Sequenz oder sowas auf weil die Kämpfe sind jetzt nicht ähm unbedingt das glaube ich wo man die Leute mit unterhalten kann und so machen wir es so so jetzt haben wir hier schon einigermaßen hell als nächstes brauchen wir Türen hier drin ja aber es macht so Spaß ähm Fallout 1 die ganze Sache weil wir so ich lieb das ja wenn man das hat ja schon öfter dass ich irgendwelche ein Spiel gespielt hab wo es schon Folgenerteile oder sowas gab und dann wenn man halt das spielt und dann ist man in den Momenten wo man alles was man schon irgendwo mal gehört hat oder so über die Geschichte ja das dann alles im Spiel selbst so erfährt so genial F.E.V. und Super Mutanten und alles mögliche ich feiere das so extrem ok ich kann auch nicht mehr genug davon so hier haben wir den Aufseher Schreibtisch den könnten wir reintritt das über ein Stückchen zurück machen hm ich hätte ein bisschen obtrennen sollen nein da komme ich kann ich nicht mehr weiter hinter bauen ne es ging nicht mehr scheiße ok muss ich jetzt damit leben erst mal Mist ich hätte nämlich jetzt jetzt mir gerade eingefallen hier noch irgendwo ein Bett und so weiter hätte ich gerne noch ein bisschen abgetrennt gemacht für den Aufseher Raum hm na schön dann habe ich keine andere Wahl Bett Bett das ist wahrscheinlich also irgendein Mod und das nicht dann kommt das Aufseherbett hier hinten hin nein das will ich gar nicht sondern Tischchen Tischchen bestimmt nicht hier drin oder ne ah wo sind denn die Tische super wenn wir mal wieder irgendeine Kategorie hier drin das liebe ich ja wenn das passiert ach ne ich war einfach nur blind ich habe nichts gesagt eieiei was hier alles gibt jetzt genau sowas suche ich in dem Vault hier möchte ich ein paar ähm nicht ganz so kaputte Sachen lieber drin haben ach wenn sich das loertechnisch jetzt überhaupt nicht erklären lässt soll ich den da ich die Vault hier jetzt erst aufbaue was noch weniger Sinn macht so den habe ich natürlich nicht da muss ich jetzt natürlich so ein Dreck gegen ihn machen ne ok hilft halt alles nix dann machen wir das so und nun da fällt mir dort noch was ein was ich machen könnte ich will viel mehr von den Dingen da hier mal bauen hier so ein so und so warum kann eigentlich ich nicht Aufseher sein ich will Aufseher sein Hau ab aus dem Stuhl muss ich hier schon einen Overseer dranhängen ne ne ach geil Overseer auch immer so lang dann brauchen wir hier noch ein Overseer Genau Mal schauen was wir da Da muss da Gibt es auch ein Atrium Schild Ja Jetzt hört er auf Blöd dass die so aneinander klicken jetzt Machen wir es halt so Dann brauche ich hier wieder ein Atrium Schild Genau So Einmal zurück zum Offizier Ich finde es auch cool In Fallout 1 Da finde ich Da musste ich eben dran denken Wie in Fallout 1 der Aufsehertisch aussieht Wie der da sitzt In Fallout 1 Das finde ich ja mega cool So Ah hier Hier noch Sachen für die Klinik Was haben wir hier noch drin Filmprojektor funktioniert das Ding denn Sports Auch nicht Wo sind denn dann jetzt diese Die Sportgeräte drin Sind sie da nicht drin Unter Unter dem Misk Wie habe ich da auch nur wieder eine fehlende Kategorie Nee Hatte ich ja gerade gar nicht Wollte ich jetzt schon fast wieder loslegen Unfug zu sagen Was ist hier Ah Ah hier sind die Sachen drin Okay Das ist ja cool Fisierstuhl Fisierstuhl OP-Stuhl Ach das ist eine Scaring-Station Die gezähl gar nicht zum Äther noch so nur gut war ich einfach mal hier jetzt weiter ich bin mir doch fast sicher dass es hier auch schöne möbel jetzt gab die waren nicht dreckig waren habe ich doch gesehen genau dass das jetzt unter stühle ist das ist ein sofa wo machen wir denn das hin da ich schlafen können wir da hier vorne so so die gemütliche ecke wochen da so den schmeißen wir hier hin und den ottomanen zum füße drauf legen vorhin davon genau jetzt bodenbeläge hätte ich mal lieber vorher hingemacht gibt es nur die kaputten sitzen aus bei der mod in die ich glaube die motto ich vorher erst deaktiviert ok das workshop rearrange glaube ich habe ich deaktiviert bin mir jetzt nicht ganz sicher aber die dreckigen sachen will ich jetzt hier irgendwie nicht einbauen in die volt ich bin mir die mich gerade an Jetzt hat es das bemerkt, dass ich das bemerkt habe. Na, aufsehe, unheimlich. Jetzt hat es wohl gemerkt, dass ich das störend finde. Nein, jetzt guckt sie wieder, verdammt. Ist auch dreckig. Ich sehe schon, etliche Sachen sind hier nicht mehr vorhanden. Der Filmprojekt, der macht aber nichts, nehme ich an, oder? Der ist einfach nur so. Kann man nicht einschalten oder irgendwas. Das wäre noch geil gewesen jetzt. Scheinend nicht. Auch nicht. Ich hatte doch irgendwo schönere Sachen drin. Da, die ist kaputt. Die sind alle kaputt. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe zu wenig Flocken gebaut bisher. Aber hier drunten wäre es halt geil, wenn sie nicht kaputt wären. Die sind farblich voll scheiße aus. Mir fehlen heute irgendwie zu viele Sachen, wie ich sie mir gerade in der Fantasie vorstelle. So, dann schauen wir mal Gemälde an. Ja, der kriegt denn da so einer, der muss doch auf jeden Fall da mit rein. Der wollte doch natürlich im Aufseherzimmer nicht fehlen. Und der Aufseher ist glaube ich jemand, der würde sich so eine Scheiße ins Wohnzimmer hängen. Oder ins Arbeitszimmer. Ich kann ja mit solcher Kunst überhaupt nichts anfangen. Für mich ist das einfach nur buntes Gekleckse. In Künstlerkreisen, wenn man sowas sagt, wird man wahrscheinlich, äh, kommt wahrscheinlich der Lynch-Mob und dann war es das. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es ja Leute, die interpretieren da etwas rein. Äh, ja, der Künstler hat mit den Linien hier, die Leihlinien seines Lebens, äh, äh, versucht zu vermitteln. Wenn wir uns links unten angucken, können wir eindeutig den Beginn seines depressiven Stadiums, als er zwei Jahre alt war. Hä? Äh, ja, egal was ihr nehmt, ich will das auch. Was ist das denn? Todd Howard? Packen wir Todd Howard mit hier rein? Komm, wir packen Todd Howard irgendwo mit ran. So. Das Klo will ich jetzt... Was ist das? Ah! Guck mal! Möbel, sonstiges. Hier hinten ist das alles drin. Ah! Ah! Na jetzt wird... Ah! Das ist schön! Schon viel besser, hey! So. Ich wollte ihn... Genau das da hinbauen. Ja schön, jetzt habe ich das auch gefunden. Jetzt freue ich mich. Der Projekt macht aber trotzdem nichts. Was ist das für ein Spender? Getränkespender. Wasserbrunnen. Klo. So. So ein Waschbecken könnte man trotzdem noch mit hin machen. Vielleicht... Ich würde ja gerne Wände ziehen können, aber das... Das ist ja blöd. Ich kann ja nicht direkt das Scheißhaus bei dir so mitten in den Raum reinstellen. Wie sieht das denn aus? Ähm... Dann kriegt ihr einfach nur ein Waschbecken. Klo gibt es da ne Gemeinnutzung irgendwo. Äh, Allgemeinnutzung. Wäscht sich ein Ghoul eigentlich die Hände oder... Oder wenn er dann das Schruppen anfängt, äh... Reibt er sich da so langsam das... Äh... Ich spreche jetzt nicht weiter. Oder reibt er sich... Nein. Reibt er sich das Fleisch runter? Könnte doch sein. Man weiß es ja nicht. Holotap-Player. Ich habe die Holotaps nur noch nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es die gab. Irgendwo gibt es, das ist ne Mod, irgendwo gibt es da die Holotapes zu finden und dann läuft da tatsächlich in der Nähe auf einem Fernseher ein Video. Dann brauchen wir natürlich... Hm... Was braucht denn der Aufseher noch in seinem Raum? Das muss ich mal überlegen. Schränke. Der Aufseher braucht Schränke. Aber nicht solche Schränke. Aber nicht solche Schränke. Fehlt jetzt gerade echt der Workshop Rearranged Mod, muss ich sagen. Da muss ich mal gucken, ob es da schon ein Update jetzt gab oder so. Das will ich hier drin nicht haben. Das passt nicht zur Aufseherin rein. Aber ich muss doch den Mod noch haben, wenn das alles so sortiert ist. Natürlich habe ich den noch. Neoblick langsam nicht mehr durch. Kein Wunder. So, dreimal Spind für den Aufseher. Dann... Es passt nicht ganz hier nach unten in den Vault, aber ich brauche Neon. Ohne Neon geht hier nichts. Außerdem ist es ein neuer Vault, den ich hier baue. Was ja eh ein Blödsinn ist. Also... Hauen wir mal sowas da mit rein. Und hier waren doch noch auch so Vault-Tec Beleuchtungen. So ein treuer Vault-Tec Aufseher, der hat doch bestimmt gern so einen leuchtenden Vault-Boy über dem Bett. Da schläft doch der Aufseher für besser. Haben wir noch was von Vault-Tec? Haben wir halt noch 111 noch drüber. Wo könnte man das noch hinpocken? Das passt vielleicht hier so hin. Und was noch? Hier unten passen eigentlich, glaube ich, auch ganz gut die Institutsschilder hin, hm? Die passen so in den Vault, finde ich. Robotik, Launch... Es ist zwar keine richtige Uhr... Aber dennoch... Passt die da mit hin. So weiter muss man ja nicht wissen, dass es jetzt keine richtige Uhr ist. Was noch? Was noch? Muss man von außen reinkommen und muss man das angucken. So lalalala... Ist denn der Aufseher da? Oh, da ist er. Oh, sie haben es aber schön hier drin. Ich finde eigentlich ganz nett soweit. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht fällt mir noch was ein. Dieses Experiment bedeutet mir viel. Mein eigener Beitrag... Ja? Du hast hochgesprochen. Das heißt... Ja, ich verlange keine Grammatik von dem Google. Was heißt Grammatik, sondern... So, für die Lounge, da weiß ich noch immer nicht so genau, was wir da unten alles machen. Irgendwie so Hangout-Bereich oder was weiß ich. Hier haben wir Cafeteria Residential. Und ich glaube, ich muss vielleicht mit den nächsten Räumen eventuell in den nächsten Abschnitt gehen. Das wäre dann hier rum, ha? Aber die sind alle einwandfrei so verbunden, wie es aussieht. Und... Kann ich denn hier dann einfach so runter bauen? Wie geht das denn? Dass ich so eine Schräge von da oben bis hier runter baue? Weil ich möchte dann... Wenn dann schon... ...das echt zusammenhängend haben. Und nicht, dass man dann aus dem Wald rausgeht und muss dann so eine blöde Treppe runtergehen. Das ist... Ah! Okay, dann sammeln wir die ein. Ach, das ist der Kindergarten. Okay. Oh! Oh! Warum habe ich das Bild bisher noch nicht wirklich gesehen? Und ja, ich als Mann darf mich auch mal über sowas freuen, wenn jetzt vielleicht eine Dame zuguckt, ja? Ich habe mal den Stream zugeguckt. Was war das jetzt für ein Spiel? Oh! 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 Ich muss überlegen. Ich muss überlegen. Es war auf jeden Fall... Was war denn das für ein Spiel? Es war auf jeden Fall ein Spiel, wo extrem... ...Fan Service drin war, ja? Und der Streamer hat sich eben auch über die Optik gefreut bei dem Spiel, wollen wir es einmal so nennen. Und hat dann auch gesagt, ja, hey, die sieht ja richtig heiß aus und hat es dann aus so einem gewissen Kamerawinkel immer angeguckt. Und offenbar, also er hat es nicht irgendwie ekelhaft oder beleidigend oder sonst irgendwas gemacht. Aber, in seinem Chat war halt dann leider der Feministen-Gruppe, äh, Feministentreff. Und... ...wie der Chat dann abging. Das war halt auch Hammer. So, das habe ich noch nie erlebt. Das war absolut krass. Kennt ihr solche Feministen da draußen? Ich zum Glück nicht. Also, ich meine... Schön und gut. Jeder kann ja irgendwie... Es ist ja eine rechterfreie Meinung. Aber das ist ja schon ein bisschen extrem. Der Streamer hat sich halt, äh, die Figur so angeguckt und ja, äh... Und gesagt, das ist sexy und so weiter. Da ging es halt los und wurde er beschuldigt. Der ist ein Monster und sieht Frauen nur als Sexobjekt und Lustobjekt. Da hat er überhaupt keine Ahnung und so weiter. Ich meine, der Streamer ist verheiratet und hat ein Kind oder so, also... Und ein bisschen Spaß darf er wohl, äh, sein. Auf jeden Fall voll übel. So, ist das jetzt eigentlich wieder ein separater Abschnitt? Nee. Das heißt, ich kann... Jetzt hier direkt anschließend weiterbauen. Jetzt ist eben nur die Frage. Das möchte ich jetzt kurz einmal noch ausprobieren, bevor es das für heute wieder war mit der Folge. Ich bin übrigens noch nicht ganz sicher, wie ich es jetzt mache mit dem Fallout 1. Ob ich pro Tag eine Folge bringe oder ob ich zwei direkt raushaue. Also... Ich wusste am Anfang noch nicht, ähm... Habe ich erst einmal jetzt eins gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich zum Zocken komme, aber... Da mich das Spiel jetzt gestern eben so krass gefangen hat, dass ich so gut wie durch bin, dass wir eben jetzt einfach nur noch diese eine Endsequenz... Also dieses... Ja, dass mir im Prinzip... Die Flucht, nenn ich's mal, fehlt. Nein, da muss noch eins vor. Ähm... Ich will fast überlegen, ob ich zwei Folgen pro Tag raushaue. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das... Was ihr davon haltet? Was ist es so gut? Was ist das? Was ist das? Ja... Du bist... Komm jetzt. Das geht. Ja, wunderbar. Perfekt. Da sind wir ja schon in unserem neuen Abschnitt. Da kann ich jetzt nicht so hoch bauen, was nicht so tragisch ist. Das weiß ich mir nicht. Reaktor. Jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken. Ich brauche hier eine Wand. Irgendwo, wo ist der nächste? Das war hier. Nee. Wo ging es denn da noch weiter? Kann ich hier noch was wegreißen? Da aber. Ich würde lieber sterben, als in einem dieser Rattenlöcher festzusitzen. Tja, vielleicht schicke ich dich aber hierher, old longfellow. Was machst du dann, hä? Hm, hä? Hab ich mir jetzt gerade irgendwo was verbaut? Geht's nicht weiter, hä? Ich hab jetzt irgendwie gerade... Tatsache. Na gut, dass ich da jetzt nochmal geguckt hab. Das kann ich gar nicht wegreißen. Hier die scheiß Bahnschienen. Kann ich da drauf denn überhaupt bauen dann? Rentiert sich das denn? Wenn ich so rum bauen kann vielleicht. Das muss ich jetzt auch noch kurz ausprobieren. Was ist jetzt an der Stelle irgendwie blöd? Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Ne, das wollte ich gar nicht, ich wollte, was wollte ich, den nochmal weg, an so einem Dreiwege, genau. Oh ne, jetzt kann ich hier, doch, so rum kann ich bauen, so rum kann ich bauen, so schauen wir ob ich nochmal ein Dreiwege herkriege, das geht so nicht, da hätte ich wahrscheinlich irgendwo anders ein Biskum bauen müssen. Huh. Unpraktisch, jetzt an der Stelle. Okay, dann baue ich so nicht, schade, aber normalerweise müssten die ja alle so, Herrgott, untereinander verbunden sein. Jetzt hätte es nur ein bisschen lieber gesehen, wenn es, wenn es jetzt nicht ganz so die Lauferei gewesen wäre jetzt hier durch. Moment. Ich muss mehr mit Ecken bauen, ich dödel. Ich nehme mir das blöde Dreiweg. Ecke. Ah. Jetzt habe ich so nichts gebaut. Na gut, ich werde die sowieso wahrscheinlich nochmal alle austauschen gegen die blauen. Den Reaktorkern machen wir dann irgendwo anders hin. Da unten machen wir jetzt dann erstmal unsere ganz normalen Sachen weiter. Aber das erst in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dann. Bis dann. Bis dann.